Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Con. Hablamos Español. Ja, heute geht es mal um was Neues und zwar in vielen Redewendungen wird das Zeitwort TENER benutzt. TENER heißt ja HABEN. Ich fange mal an. Ich habe es eilig. Tengo brisa. Tengo brisa. Ich habe Zeit. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Ich habe Hunger. Tengo hambre. Tengo hambre. Ich habe Durst. Tengo sed. Tengo sed. Mir ist kalt. Tengo frío. Tengo frío. Mir ist heiß. Tengo calor. Tengo calor. Ich habe Angst. Tengo miedo. Tengo miedo. So, und dann machen wir noch ein Wörtchen. Die Konjugation von dem Verb kaufen. Comprar. Ich kaufe. Yo compro. Yo compro. Du kaufst. Du compras. Du compras. Er, sie es kauft. El, ella compra. El, ella compra. Wir kaufen. Nosotros compramos. Nosotros compramos. Ihr kauft. Vosotros compramos. Vosotros compramos. Und sie kaufen. Ellos compran. Ellos compran. Noch ein paar Beispiele. Ich kaufe einen Apfel. Yo compro una manzana. Yo compro una manzana. Sie kauft einen Ball. Ella compra una pelota. Ella compra una pelota. Sie kaufen eine Melone. Ellos compran un Melon. Ellos compran un Melon. So, das langt für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein und immer wieder neu abspielen. und laut ausspielen. Ich bedanke mich bei allen und sage Gracias y hasta mañana.